Der Dreikampf um Platz 4 in Gruppe Süd ist im vollen Gange und mittendrin die Straubing Tigers und die Augsburger Panther. Das vierte Duell zwischen diesen beiden Vereinen. Die Augsburger wollten Revanche nehmen für die 3 zu 6 Heimniederlage fünf Tage zuvor. Und eh eine kleine Schwächephase für Augsburg. Nur ein Sieg aus den letzten vier Partien, aber auch Straubing nur zwei Siege aus den letzten zehn Partien. Es wurde Zeit das zu ändern und Straubing kam mit Dampf aus der Kabine. Im ersten Drittel mit vielen guten Situationen in der zwölften Minute. Diese Doppelchance. Zunächst Keller und dann vor dem Tor noch ein Schläger dazwischen. Intensive erste 20 Minuten, in denen aber dann Augsburg sich den Vorteil erspielte. Nämlich durch David Stieler. 19. Minute und die Führung für die Panther. Ein super Schuss unter die Querlatte, über die Fanghand von Sebastian Vogel. Der bis dahin gar nicht so viel zu tun bekam und hier absolut machtlos war. Effiziente Augsburger Panther nach 20 Minuten, also mit 1 zu 0 vorn. Jeremy Williams zum zweiten Mal in Folge im Kader für Tom Vogel nach seinem Treffer beim Auswärtsspiel in München. Sollte mithelfen, diesen Rückstand zu egalisieren. Aber kaum war das zweite Drittel zwei Minuten alt. Joe Leblanc mit dem Alleingang, aber Exzellenz vereitelt von Sebastian Vogel. Abgeblockter Schuss an der blauen Linie. Leblanc kommt gerade von der Strafbank zurück. Und dann aber nicht an Vogel vorbei. Viel Tempo, viel Intensität in dieser Partie. Aber die Tore, die wollten nicht so richtig fallen. Mitte der Partie. Super Pass von Eder auf Akulazzi. Aber Markus Keller schnell drüber und pariert am zweiten Pfosten. Beide Torhüter mit einer sehr, sehr starken Leistung über die gesamten 60 Minuten gesehen. Immer wieder in der Lage, solche Möglichkeiten zu vereiteln. Ein enges Spiel mit wenigen Toren, aber eben mit einigen Möglichkeiten. Powerplay für Augsburg. Christo legt hier quer. Und dann Sesemski mit etwas Pech. Haut den Puck an den Außenpfosten. Knapp vorbei am 2 zu 0 die Augsburger Panthe. Und wenig später dann auf der anderen Seite. Dieser Pass von Brandt zu Sven Ziegler. Der mit Geduld, aber im letzten Moment doch noch entscheidend gestört von Michael Clark. Keller eigentlich schon geschlagen, liegt da am Boden. Aber hier sehen wir es. Clark kommt da nochmal mit dem Schläger dazwischen. Und hinter Ziegler entscheidend beim Torschuss. Somit also weiter die knappe 1 zu 0 Führung für Trey Toomey und seine Augsburger. Aber das Schlussdrittel über die Saison gesehen. Ein Problem für die Panther. Dort klar im Hintertreffen insgesamt. Und Schaubing wollte das nutzen. Und zu schaffen es tatsächlich. Neun Minuten vor dem Ende. Das 1 zu 1. Quasi erzwungen. Bulli-Gewinn von Brunnhuber. Dann geht es über Gormley zu Williams. Der haut drauf und der Puck springt dann im hohen Bogen über Keller hinweg und landet im Tor. Brunnhuber macht dort die Arbeit vor dem gegnerischen Kasten. Der Treffer wurde Williams gut geschrieben. Der Ausgleich also für die Straubing-Tigers Mitte des letzten Drittels. Und Straubing wollte nun mehr. Noch 4 Minuten auf der Uhr. Vorne nachgesetzt. Und an dieser Ablage auf TJ Muirlock. 2 zu 1 für Straubing. Spiel gedreht. Weil sie nicht lockerlassen. Und den Vorcheck auch im letzten Drittel noch mal aufs Eis bringen. TJ Muirlock mit seinem zweiten Saisontor findet irgendwie einen Weg zwischen Torhüter und Pfosten. Und beschert damit den Straubing-Tigers. Drei ganz, ganz wichtige Punkte im Kampf. Und Platz 4. Ich denke, wir kontrollieren die meisten der Spiele, obwohl wir nicht so gut scoren. Wir spielen sehr offensiv, aber wir spielen mehr in der Zone und werden mehr schwerer.